Anja Bersa Anja Bersa Also wenn ich diesen Namen höre, denke ich an eine großartige Skifahrerin, die sehr viel erreicht hat in ihrer Karriere. Mich beeindruckt es besonders, wie sie ihre ganze Karriere entwickelt hat, also angefangen als Slalomfahrerin. In den letzten Jahren war sie besonders in den Speed-Disziplinen sehr erfolgreich. Und sie hat Training in allen Disziplinen gewonnen, das ist wirklich noch nicht viel gelungen. Wobei mich aber immer noch ihre Sklalomtechnik am meisten beeindruckt. Also diese aggressive Art, das ist wirklich einzigartig im Skilballcup. Und ich glaube, das wird noch viele Jahre dauern, bis jemand das so schafft wie sie. Und natürlich ihre Medaillensammlung ist auch sehr groß. Also besonders Aura. Das wird sicher vielen Menschen noch lange in Erinnerung bleiben. Und auch die ganzen Kristallkugeln. Also sie hat wirklich sehr viel Reifen in ihrem Leben. Und sie ist aber immer auf dem Boden geblieben. Und sie ist sicher für viele Menschen ein Vorbild. Besonders für junge Mädels. Also ich glaube, viele möchten es so sein, so wie sie. Und deshalb in diesem Sinne wünsche ich dir Anja alles Beste für deine Zukunft mit deiner Freundin, mit deinem Kind. Mach's gut! Hei! Hey! Farewell, Anja. Als Fan, we'll never forget you. Congratulations on such an amazing career, and last but not least, all the best for you in your life, and all the best to your growing family. Hope to see you around in Shadmin, maybe. Bye-bye. Anja Persson was an icon of our time and one of the best female alpine skier in history. First of all, because of her amount of achievements on bigger events like Olympics, World Championships, the 95 podiums in the World Cup, and second of all, because she always was on the first places on that bigger events. And one thing I will never forget from her is like she celebrated her wins, her victories, with a sliding penguin on the snow. Hey, Anja. I will never forget your big achievement during her career. I mean, I will never forget your homeboard championship in Åre. How you took five medals in six possible. You were totally on fire. Amazing. Then I will never forget Olympics in Vancouver. How you fall one day before. It was a really dramatic fall. And everybody said, okay, that's over for her. But no, you came back and next day you won a bronze medal in the Super Combine. People will always remember those moments. Then I will never forget that I was part of your last win in Trevisión. Such a power. Thank you for all the flowers that you have given me during your career. And thank you for the cap. On the last race in Schladming in March. It was so emotional. Race for all of us. Thank you for being such an amazing inspiration and such an awesome idol for me. People will never forget you. I will miss you here in Maribor. All the best to you and to your growing family. I hope that I will see you someday in the Finnish area. Maybe on the World Champs next year in Schladming. Lika till!